Buenos Dias Leute von heute. Was geht ab? Was poppin? Mein Name ist Robert Dream und willkommen zu Applaus-Vlog. So Leute von heute, ich befinde mich hier jetzt auf Applaus, der Ferien-Schauspiel-Akademie für Kinder. Und wir sind gerade mitten im Geschehen, denn heute ist Auftrittstag. Ich habe jetzt zwei Wochen hier unterrichtet, nebenbei noch im Summer Camp. Und ich gebe euch heute mal ein paar Einblicke, was ihr hier alles zu sehen bekommt und was wir mit den Kindern alles auf die Beine gestellt haben. Was kommt jetzt gleich? Generalprobe! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.